Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie man eigentlich so eine Steckdose für die Hutschiene anschließend und somit natürlich auch so eine Aufrast-Schuko-Steckdose richtig einbauen kann. Wenn du Bock drauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. In einem extra Video habe ich schon mal diese Unterverteilung mit einer Hauptleitungs-Abzweig-Klemme, einem FI und auch einem LS-Schalter richtig angeschlossen. Damit wir hier jetzt auch immer Strom zum Beispiel für eine Handlampe haben, was einfach nie schadet, möchte ich jetzt auch noch so eine Aufrast-Steckdose mit anbringen. Bevor wir aber beginnen, bitte unbedingt die fünf Sicherheitsregeln für Strom beachten. Auch da sind spezielle Videos an dieser Stelle auf jeden Fall sinnvoller. Wenn dann alles zu 100% spannungsfrei ist, können wir unsere Steckdose auch mal an die gewünschte Stelle bringen. Bei mir ist das, wie gesagt, direkt neben dem LS-Schalter, der auch anschließend für die Steckdose zuständig ist, weswegen ich das Ganze mal schräg nach oben an die Hutschiene hingebe. Und dann kann ich sie auch schon hier unten nämlich mit etwas Druck dagegen geben, bis sie auch richtig einknipst. Unsere Steckdose hat insgesamt drei Anschlüsse. Hier oben kommt unser grün-gelber Schutzleiter drauf und hier unten haben wir die zwei Klemmen für den meistbraunen Außenleiter und für den blauen Neutralleiter. Welche der zwei Klemmen wir hier verwenden, ist übrigens vollkommen egal, da so ein Stecker natürlich auch verkehrt herum immer in der Steckdose funktioniert. Wichtig ist nur, man sollte im Haushalt immer dieselbe Belegung verwenden. Ich habe mich dafür entschieden, dass ich auf der linken Seite den blauen Neutralleiter und auf der rechten Seite immer meinen Außenleiter anschließe. Bei meinem Modell kann ich Leiter mit einem Querschnitt von 2,5 bis 16 Quadratmillimeter anschließen. Also bitte nicht mit 1,5 Quadratmillimeter. Und deswegen habe ich mir auch schon drei solche freien Leiter einfach mal hergeschnitten, welche ich gleich als Brücke verwendet. Den grün-gelben Schutzleiter hier oben, den hole ich mir hier oben von meiner grün-gelben Schutzleiterklemme. Den blauen Neutralleiter, welchen ich hier links unten anschließe, den hole ich mir natürlich auch von meiner blauen Neutralleiterklemme, wo aber bitte auch der blaue Leiter hier am unseren FI-Schalter angeschlossen ist. Und den braunen Außenleiter hier, den hole ich mir hier oben von meinem LS-Schalter, dass natürlich auch die Steckdose mit dem FI-Schalter und mit dem LS-Schalter richtig abgesichert ist. Ich isoliere mir meinen Leiter also auf 12 Millimeter ab. Führe ihn mir hinter der Hutschiene schon durch, dass dieser auch danach auf keinen Fall irgendwie stört. Gebe ihn oben in meine Klemme mit etwas Druck hinein. Biege ihn mir zurecht, dass er nicht stört und vor allem, dass es natürlich auch optisch etwas hermacht. Kürze ihn mit einem Seitenschneider auf, die gewünschte Länge. Isoliere ihn wieder auf 12 Millimeter ab. Gebe ihn in die Klemme hinein und kann ihn jetzt auch laut Anleitung mit 1,2 Newtonmeter festdrehen. Das selbe Spiel habe ich mit unserem blauen Neutralleiter auch gemacht und natürlich auch mit unserem braunen Außenleiter. Nur, dass ich diesen beim LS-Schalter mit 2,8 Newtonmeter angezogen habe. Und normalerweise sollten wir jetzt mal unsere Abdeckung bzw. unseren Berührschutz darauf geben. Für das Video werde ich das jetzt aber nicht machen, weswegen ich mal wieder Spannung auf das System gebe und meine Steckdose überprüfe. Ich würde sagen, das schaut auf jeden Fall super aus. Wir haben unsere 230 Volt und auch wenn ich das Ganze mal gegen die Erde gebe und von der anderen Seite her, da haben wir keine Spannung. Somit haben wir jetzt auch schon so eine Aufraststeckdose richtig angeschlossen. Wenn du dir für zu Hause jetzt übrigens auch so eine Aufraststeckdose oder hochwertiges Werkzeug, wie zum Beispiel einen Seitenschneider, Schraubendreher oder auch eine abisolierte Zange hinzulegen möchtest, dann am besten einfach mal unterhalb des Videos in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu den Produkten auf Amazon vom Markenhersteller. Falls dir das Video gefallen und auch weiter geholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen.